Wir sind zurück bei MagPixel. Neue Aufnahme-Session und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es wird. Also wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Wir wollen ja natürlich wissen, was dieses Bonus-Level ist und deswegen müssen wir alle Gags finden. Das Problem ist, nach meiner letzten Session wurde nicht gespeichert. Sprich, ich musste diesen Spielstand herspielen und war mir auch nicht mehr sicher, wo ich alle Gags schon hatte und wo nicht. Deswegen dürft ihr jetzt mit mir mitleiden und diese Gags nochmal suchen. Ist das nicht schön? So, fangen wir mal an. Ich glaube, den kannten wir schon. Ähm, was haben wir denn hier noch nicht gemacht? Das war doch der Typ, der, genau. Ähm, fangen wir erst mal an, mit seinem PC ein bisschen rumzuspielen. BOOM! Jawoll! Alex, echt explodiert hier! Alex! Komm, wenn wir nicht erst mal in treten? In der Face? Naja, eher in die Nüsse. Weg ist der gute Mann! Was für ein Gag! Har har! Beste Metal-Band ever? Mega Satan! Okay, jetzt ist es wirklich witzig. Nein! Eine Bonusrunde! Verdammt! Verdammte Bonusrunde! Ähm... Heiraten wir gerade? What the fuck? Was machen wir hier? Ich mach nicht was wir hier machen! Fick dich, McPixel. Einfach nur Fick dich. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Boing! So, nehmen wir mal die Rockade. Bam, in the face. In the face. In the face, face. Krawumm. Möchte ich sagen. Krawumm. Wir müssen ja so oder so alles finden. Von daher. Nehmen wir mal dat. Und geben das dem jungen Mann hier. Rop. Nom, nom, nom. Boom. Okay, das hatten wir. Haha. Entschuldigung. Was können wir denn... Ihn könnten wir mal treten. Okay, das bringt nichts. Dann nehmen wir mal diese, äh, heilige Unterhose. Zack. Aber jetzt mussten wir alles haben. Jawoll. Nehmen wir mal die Rakete und geben sie hier, äh, Super Mario. Ah, war auch nicht richtig. Oh Gott, Bonus-Level. Ähm. Dann nehmen wir doch mal die Scheiße. Und packen das zu der Scheiße. Oh Gott. Alter. Was? Oh Mann. Okay, was hatten wir hier noch? Ähm. Den Homofürsten ins Loch quetschen. Ja, das passt schon. Keine Sorge, Babe. Okay. Okay, ihn haben wir getreten. Ähm. Ah, siehste? Hä, haben wir nicht schon alles gemacht, was ihm geht? Ach nein, genau. Na. Okay, nur noch der Vergnügungspark, dann haben wir ein Level schon mal fertig. So, gehen wir es mal dem Clown. Buh. Was können wir denn da noch machen? Ähm. Einfach so treten? Kann Wien einfach so treten? Ah ne, wir konnten ihn würgen, stimmt ja. Ja, die Zeiten interessieren uns jetzt nicht. Return. 100%. Das war schon alles, oder? Ich glaube, mehr konnten wir da gar nicht machen. Ne, es war nicht alles. Okay, was geht denn da noch? Genau, hier konnten wir ihm die Shotgun geben. Bitte, Jungies, Mann. Buh. Bum, 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 bum. So, was können wir hier jetzt Schönes machen? Wir könnten die Spritze dem Tierpfleger einfach mal in den Hals rammen. Auch schade. Woow. Ha. Ah, 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 ah. So, da war die Lösung, dass da reinstecken, haben wir schon gemacht. Arschkoppieren ist immer gut. Meistens. Meistens immer. Was konnten wir denn noch machen? Nimm das, Bösewicht. Ich hab echt keine Ahnung, was die Idioten genommen haben, die das programmiert haben. So, Lösung war da reinzupinkeln, haben wir ja schon gemacht. Ah, okay. Das hat ja auch super geklappt. Bum, 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 bum. Ähm. Aha. Immer noch nicht alles können wir die, den Zündfunken damit irgendwie, dass der Baum anfängt zu brennen. So, Fernseher wegtreten. Ach ne, wir hängen ihn aber nur ab. Es sieht immer so aus, wenn sie sich freuen würden, wenn sie so auf und ab wippen. Oh, das war witzig. Ja, das war witzig. Kann ich die Baby-Giraffe treten? Oh, hey. Mama-Giraffe, böse. Böse Mama-Giraffe. Das war immer noch nicht alles. Kann ich auch die Mama-Giraffe treten? Mal kurz abgeräumt hier. Böse Mama-Giraffe. Bum. Sonic Boom. Bäm. Okay, das hat nichts gebracht. Zack. Jetzt haben wir da aber alles, oder? Nein, irgendwas fehlt noch. Können wir versuchen, das... Na, das... So, nehmen wir mal hier den, äh, ne? Und benutzen das damit. Damit. Hä? Das... Verstehe ich nicht. Bam, 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 bam. Ähm, was kann man denn noch machen dann? Buh! Bam, 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 bam. Ich schlag die Mama. Oder ich mach was... Was mach ich da? Alter, was mach ich denn da? Was ist denn... Ernsthaft? Hab ich grad der scheiß Giraffe einen runtergeholt? Alter, Leute. Ernsthaft. Oh, Bombe! Boom! Geht doch! Magpixel! Ähm... Ich würd' ja fast behaupten, dann hab ich alles getan, was man tun kann. Eigentlich. Hä? Ich verstehe nicht. Bam, 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 bam. Achso, ich halte meine Hand da drüber. Fang an zu brennen, was ist das denn für ein Schwachsinn? Fang an zu brennen, was ist das denn für ein Schwachsinn? Yes! Wup, wup, that's the sound of the police! Ähm, dann nehm ich jetzt die Ente und pack die da hin. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie alles, was da passiert, sieht für mich so... ...zweideutig aus. Fast alles, was da passiert. Kann ich ihn treten? Ach, sieh, das hab ich noch nicht gemacht. Jetzt hab ich aber alles. Und nein, Bonusrunde! Nein! Oh, nein! Ah! Ich trete dem Penner einfach mal. Der hat irgendwas in der Hand. Ich explodiere, ja. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck. Kann ich ihm damit eins überziehen? Das wär voll gut. Mach ich ihm grad einen Antrag? Ich hab ihm einen Antrag gemacht. Oh God. So, und jetzt kommt... Ich hab irgendwas übersehen. Kann mir bitte irgendjemand sagen, was ich übersehen habe? Okay. Hat er jetzt welchen Sinn? McPigso! So. Damit ist die nächste Folge auch schon beendet. Wir haben jetzt die zwei Knöpfe gefunden. Also, alles beendet zu 100%. Und in der nächsten Folge geht's dann mit dem letzten Knopf weiter. Damit wir endlich in die Bonus-Folge-Runde-Level-Leck-Mich-Fick-Dich-Können. Bis zum nächsten Mal!